aber sie ist ja so riesig so leute hi was geht willkommen zurück zu einer weiteren folge meines let's play und wie ihr schon seht ich habe hier eine linie gebaut zwei linien und ihr seht auch schon was da unten gerade vor sich geht weil ich versuche jetzt mal den skelett wurst ja das wird launisch und die sondern unter ich habe scheiße mit haben was wir nichts bringen wird ich könnte mich war möglicherweise alleine schaffen weil ich ein gebooster des million hat was 17 der mensch macht ich hätte voll baffend sein jo das muss eben man das muss immer ein boss machen ich habe zwei lagerfeuers aufgebaut renkel so schwer gut also die europäische dabei markt gar nichts im boss ist und ein kreis bauen dann das ist voll tricky dann sind auch ein kreis Das wäre voll freaky, ohne will, wenn ich direkt einen Kreis mache, kommt er wahrscheinlich richtig hin. Ich habe keine richtige Waffe, deswegen probiere ich jetzt mal, ob ich es irgendwie... Aber... Aber... Geht schon kaputt, ne, alter. Ne, mehr schon tot, alter. Sein Arm kriegt einen Waffe, nö. Das ist ein Schwachsinn. Was? Von Hellfire, Armored, der ist gleich... Jo, er kriegt ja extra Armoreds, Maul. Geht schon gegen Bob Meli, alter. Was ist denn, du rotz? Ähm... Bin ich den einen Typ da schon? Warte auf die nächste Nacht. Äh... Ja, bloß den haben wir schon nicht. Den... Waffenhändler da. Ja, bin ich ehrlich nicht. Das... Wo... Was? Digga, das ging jetzt... Labi, Kacke und... Keine Ahnung. Es zündet mich halt an, wenn ich es einfach nur angreife. So richtige Items habe ich jetzt nicht, glaube ich. Mir irgendwie helfen werden. Jo... Oh, wirklich? Waffe. Waffe. Hey, fällt das ein anderes? Und da der Explosive, was heißt denn das überhaupt? Okay, keine Ahnung. Ich bin zu scheiße im Endeffekt, egal. Schreibt es in die Kommentare, Übersetzung. Ähm... Fahne oben jetzt drin. Achso, Steine. Die Ticket brauche ich? Wo kommt das rein? Äh... Hier eben. Oss oder? Äh, deshalb fehlt dann... Keine Ahnung. Da rein. Äh... Denken. Kürbisse brauche ich. Wer weiß wer was. Hauptsache, ich habe auch Kürbisse. Das passt natürlich rein, deswegen kommt das hier rein. Hier, wo die Poppen drin. Der Bossfight. Oder... Whatever. Äh... Barsch rein. Und was könnte ich denn besiegen? Wenn ich ein richtig großer Kreis mache, ist es eigentlich gegeben, glaube ich mal zu finden. Warte, bevor ich hinter renne. tschüss da bist du nachschmieden schaden naja 5 plati das maler kosten wird schon jetzt mit mehr löse schaden das passt doch gut 333 ich das ist ein schul klappen weil wenn das funktioniert dieser riesen kreis funktioniert das eigentlich bei jedem muss er mal überhaupt bis darauf in der scheiße kreisraumbewegung und was will der großartig tun gute feine auf der mitte ist wenn er jetzt in rolling auf der schiene beginnt oder so habe ich ein problem bei der wc langsamer dann kann er mich möglicherweise robben jetzt einfach alles brenn halt eine kacke hand der kopf war gebufft die anderen kribbeln das normal gewesen macht halt noch ob er immer kriegt man immer kriegt poste klonbar natürlich einkommen zu drei weitere bösen immer noch haben wir nicht glück gehabt hat einer von den drei weiter normalen kronen war dann habe ich auch geboten also ein paar fünf böse an der fris aber ein ap schaden hat er für schwach sind das ist schon bald wieder abend wenn wir dabei sind manchmal leben in das neugel Boah, der ist eigentlich gar nicht im Sand Mann, ey Sand in einem Glas Ja, jo Die Pyramiden eigentlich immer so tief, da ist nie was Jo Da ist irgendwie nie was Gut, danke Mach ich dir auf Wo auch immer Weil der praktisch voll den Boden, alter So, dann baue ich das grad mal Und dann, äh Ne Ahnung Hatte ich bis heute Abend Das ist kein Rennauto, alter Das ist ein Mobil-Bike, ey Gut, jetzt probieren könntest Du darfst starten Von dem scheiß Minecraft Das kann das dummste sein Ich glaube schon seit ich einen Booster-Track oder so erstellen Booster-Linie Wenn ich da direkt draufklinge Dann direkt geboostet werde Oh, guck, gebufft Ja, ja Oh, pass Blblblblbl Was krieg mir an Was krieg mir an Was krieg mir an Booster-Linie Ja, wahrscheinlich ewig zum Aufladen Neul, jetzt wird aufgeladen Wahrscheinlich, alter Booster Äh, ich glaub ich mach hier so So einen Kreis zu bauen Äh, ja Ah, wenn ich es hinbekomme Ich mach eine Spine Der bleibt mit Montagen Boing, 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 boing Oh, booster, jetzt der Hupel rein Blöd, kack aus Blöd Geht das so jetzt instant oder muss ich da irgendwas bearbeiten Äh Ich glaub ich müsste was bearbeiten Eine Schiene muss da hin bin mir unsicher aber wäre möglich das war so klar jetzt aber jetzt ist es richtig das hier noch machen kann ich halt doppelt springen übertreibt damit der match alter ohne scheiß langsam ein kack der fasst und die 400 schaden mit ein paar meter noch ein bisschen mache ich ab hier ungefähr Ich glaube der Kreis ist nicht groß genug, glaube ich mal ja 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 als ob das funktioniert naja rein technisch gesehen das ist eine totale rolle ich bin erst in der bewegung und zweitens ich habe keine scheiß waffen typisch sprung das ist aber gut das könnte amüsant werden so schon mein kart noch nach schweden ja übertreibt ich lasse es mal so 20 u ich bin besser aber das ist ein das ist so du du wirst du 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 Bottle Behalte ich mal Sargiste Alles mit Sparschweinchen Dräger Gräser Wunde Das ist genau so wie das bei nacht um wie viel die meisten boss hat sind ja nun abends wir haben eigentlich die batterie da drin Ich hab' ihn schon mal Herstellen Mehr Power Wann ich bin? WTF? Strange Ich frage um wieviel Aber das werde ich nicht mehr Wenn ich sterbe, da war's gut noch Äh, da war'n Er kack ist gebufft Die ist nicht so wirklich wundervoll Bin, weiß ich nicht, ob ich das benutzen soll Das ist das beste ist das kack blade, was ich hab' Was kostet das nachschmieden für das kack blade Nachschmied Kaltgold Ritische Jo, danke 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 Minus selber danke Das f*** ich hab' noch mal Das ist reine Geldverschwendung Jo, äh, was das kann hab' ich keine Ahnung Also, irgendwas nix mit dem Control, schätze ich mal, oder so, ist keine Ahnung Ich hab' im Viki geguckt, oder so, äh, I don't know Gut Töter der Nasen Und ich mach' mich auf den schnellsten Weg Dahinter An Warum das nicht auch versteht, müsst ihr in der 6 Stunden Part reingucken Das habe ich verlinkt Und in der Beschreibung Was mit Interessante Terraria Park Keine Ahnung Könnt ihr reingucken, da hab' ich kurz das Event gemacht Und Direkter verschissen Ab der 2. Welle Da waren die Monster doch etwas zu schrammen Und Jetzt ist er noch der Schleim Kein Bock auf dich, bis Seidig Oh je, das ist der Pucker, Alter Ah, Stim's 2 hat wirklich, ähm Schaden Schaden Von dem Scheiß-Bike erstmal Der wird schon nervigste Tat Part Der nervigste Part Oh je, meine Aber geht hier, ähm Abend 9 Scheißleiter Das fängt mich jetzt schon ab Alleine Nähe Ich hab's eigentlich Ich hab's eigentlich Jo, was muss ich denn feiner? Das ist immer schnell tot Oh nein, dieses Gräbs Was auch immer das ist Ja, dann ein Mops dabei ist Total creepy Ich mach jetzt aber überhaupt keinen Schaden Wundert mich aber warum Jeder einer hat Zombie oder so gemacht Kein Schaden Geil Alter Ich hab' ich das Mal schon mal So Noch Cort Card Oder das 7 Nee 37 War das Halb 8 Wow! Das hast du Scheiß logik das wird und das wird wieder nix alles haben drauf hätten super bassi flame häusen mit armor und sonst kriegt er wahrscheinlich alter der hardcore damit in minecraft alle gebrauchten mobs scheiß bonner bin der lolle erst mal wieder full life alter der unscheinheit ich hab auch mal warte ich habe irgendjemand literarier spielt und Ja... ...Grehe den dazu. Ich bin zusammen und mache mir die Boss namens Capobbe. Das war sehr blass. Ich sterbe gleich wieder. Jaaa, das ist wunderschööööön! Ich probiere den wahrscheinlich noch viel, viel öfter, deswegen, bitte. Ähm, tschüss. Hallo, ich hab gedrückt, man. OI! Ist das gut für mich oder ist das scheiße für mich jetzt? Wo ist denn da? Oh, okay, das ist doch dumm. Ich glaube, ich muss schnell machen. Wenn er spinnt, ist das in Ordnung. Do mehr live oder sowas? Äh, da. OI! Das ist doch mal was Schönes. Alle, wenn ich jetzt gleich down... Es ist meine Bienen. Was gar nichts taugt. Ja, Bienen. Bring nichts dem Scheiß. Yeah, attack! Der hat da jetzt einen Scheiß schädeln, Alter. Ha! Mit Dauermovement! So scheiß zu maim, Alter. Oh, das riefst nicht aus, Alter. Alter, der ist flutter, aber jetzt ist noch der Wegs, ne? Das ist so cool. Ohne Scheiß, dieser Buff, den mag ich. Der ist so gut, den Boss, halt. Der hat gegen große Böße oder sowas. Ich hoffe, dieser Buff, den du endlich durch... Ähm, endlich viele durch. Alter, der hat noch viel zu viel Life, Mann. Das Auge ist halt viel zu kack, um hinterher zu kommen. Du war's. So brennt der eigentlich schnell derzeit. Jetzt habe ich meinen Buff, Alter. Wo, komm, bin ich die Bulliustet. Wo, One-Hit, Alter. Brennt der eigentlich? Aber... Der ist ja noch Teilnehmer. Der hat mehr HP, glaube ich. Komm, noch, das Tiny. Der hat AP verloren, bin mir sicher. Jo, sie ist noch stärker, die Kacke. Ich muss das ordentlich schauen machen. Der ist jetzt relativ weit oben, immer. Jo, das knistert, Alter. Das ist interessant. Eine neue Taktik. Ist das dämlich. Ich glaube, bei Moolot kann ich die Taktik aber vergessen, Alter. Oder ich könnte... Ich könnte rein technisch machen. Nur, dann müsste ich gucken, wenn die Laser kommen. Dass dann jeder... Dass dann direkt abtauche oder sowas. Attacke! Machst du nur, ne? Ist die Taktik! Ideal... Ausrüstung... Noch sowas! Rück schon wieder! Keine... Was können die Dinger? Auch nicht der Scheiß! Auch nicht der Scheiß! Also meine Reime werden immer schlechter. Das sehe ich jetzt schon. Gut! Das... War ein... Was ist alles noch lang? Boink! Lol! Man liegt über dem Bett, also. Schick, schick! Gut! Also Leute, das war jetzt ein kurzer Part. Damit ich nicht so lange halte, den Part endete ab jetzt schon. Deswegen... Jo. Wenn's euch gefallen hat, dann seid ihr oben. Wenn's euch gefallen hat, dann seid ihr oben. Wenn's nen Daumen und nen gammeliges Kommentar. Und... Dann... Der PC-Bien-Dinger ist besser. Was lang? Und dann... Krieg ich noch mehr Scheiß erst mal die Hand. Was? Zwei Scheiß Kindernformen. Und dann... Und dann?? Irgendwann bis zum nächsten Part. Aber kurz noch... Was ist das...? UHHHHH! Sollen wir das? Jo, gut, danke. Das war eigentlich zu erwarten. Aber die Ausrüstung, die ist gut. Also man kann doch eine bessere Ausrüstung abstauben, als... Warte, die hat neun, die Brust, ne? Hellenstein. Oder jetzt, glaube ich, die Hellstein ist sogar, glaube ich, besser, glaube ich mal. Ja, ob die, glaube ich, ist besser. Weil die hat alle Buffs. Aber die andere ist auch nicht schlecht. Müsste ich also die Hellenrüstung sparen. Dann habe ich die beste Rüstung, die man schon mal haben kann. Vorerst. Alter, gut. Ähm, Materialien. Da rein mit dir. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Rein damit. Dafür gibt es für jeden Boss, meine ich was, ne? Was kann das? Ist einfach nur irgendwie ein geiler Buff aussehen? Oder was ist das? Wenn es jemand weiß, aber jetzt wirklich, schreibt es einfach in die Kack-Kommentare. Will wissen, was das kann. Ist nervt, dieses Ding. Hast du zufällig einen Verkaufspreis? Nö, natürlich nicht. Also, muss es irgendwas bedeuten. Wenn es weiß, äh, schreibt es in die Kompens, bitte. Aber ich will jetzt mal, die Dinger befüllen sich irgendwann mit einbösen. Das ist... Dreck. Dreck. Äh, verzeihbar gold. Äh. Dort. Ja, dann... Ähm, ja. Ich stelle. Mach ich das? Ne, die stehen brauche ich aktuell, natürlich. Scheinahe ich ja. dann haben wir bis dahin und tschüss